1, 2, 3, also müssen wir quasi... Ich hätte jetzt gedacht, wenn das hier die 1 ist... Hast du den da hinten runter? Ja, mach mal die 1 runter, ich mach erstmal die 2. 1. Den hier hab ich, der ist jetzt grün. 2. Grün? Meinerzeit grünern. Achso, warte mal. Scheiße. Warten. Ich hätte gehofft, den kriegt man noch mit der anderen Stase. Kriegt man. Nee. Das ist auch nicht Stase, das ist jetzt Chinese. Ja, aber ich hab ja hofft, dass man den dann einstasen kann. Ah, nee, du musst schießen dann. Drück mal ab, wenn du den runter hast. Wie so ein Titel? Ja, wegen der Gewalt. Wie lösen wir dieses Rätsel? Schießen. Aber, nein, schießen. Sind jetzt alle drinnen? Ja, jetzt musst du hier auch schießen. Kacke, ich hab schon wieder Energie benutzt. Wie du wirklich rufschießt, ich fass es nicht. You lied to me. Carrots are good for your eyes. You lied to me. Ja, das ist okay. So, ich würde sagen. Sind doch aber alle down with the sickness. Was ist denn hier los? Kann man hier vielleicht weiter... Ah, guck mal, hier ist ein Aufzug. Roanoke. Oh, allmighty B-Button, tell me where to go. Verriegelt. I will go wherever you... Fuck you. I will... Nope. Er sagt wieder hier. Mmh, Flo? Mmh, back. Es haben heute wieder fünf Leute subscribed. Mhm, aha, ja. Warum so nett sein und ihnen so ein Herz geben oder überhaupt mal ein bisschen die erwähnen, weil... Okay. Subscriber sind toll. Okay. Subscriber sind toll, aber wir erwähnen sie auch jedes Mal, weil sie werden auch angezeigt in beiden Streams. Bo. Ich sehe nur bei dir die... Die, die, die Donator. Ja, und dann verpasst du die Subscriber. Die haben auch extra einen anderen Sound, damit wir extra auf die Subscriber aufmerksam werden. Okay, Cup, was ihr macht. Ja, da hinten, 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 da hinten. Boah, die sehen auch aus wie Nazis, Alter. Komm doch auf den. Wann ist der denn? Boah, Alter, diese Waffe ist so eine dumme Scheiße. Wiese Hilfe. Oh, was? Ich komme, ich bin am Rennen. Äh. Oh, ich bin getrost. Ich bin fies. Ich schaffe das. Boah, warte, ich habe doch gerade reanimiert. Hat er nicht geschafft. Hm. Foto, meine Damen und Herren, Foto. Der nicht... Also, äh, ich habe raus... Ich brauche unbedingt, ich brauche unbedingt ein Save, weil ich diese eine, diese eine dreckische, dreckische Waffe loswerden muss. Ja, komm mal zu mir hier. Mega dämlich. Also, man zieht das jetzt runter. Ja. Dann schießt man das da rein. Und dann muss man da oben drehen. Indem man B hält. Das macht man denn mit allen, oder was? Ja. Töte die Viechers. Ja, ja. Lass die doch erstmal hier rankommen. Guck mal, da hinten kommt keiner. Ich mache die andere Seite. Hast du alles unter Kontrolle? Ja, ja. Ah, da ist er. Alter. Ein Schuss und die Sache ist geritzt. Gut. Der braucht anscheinend... Sind jetzt alle dead? Auf nichts außer nachladen kann er. Nichts. Unnütze Scheiße. Ja, los. Lass mal hier den, den, den nächsten anmaken. Ja. Ja, ich hätte gedacht, also, vielleicht machen wir auch einfach B der da ja. Alles unter uns. Können wir auch machen. Dann, äh, drehen auf drei. Eins, zwei, drei. B gedrückt halten. Ich weiß gar nicht mit welcher Taste. Na, mit Stase wieder. Äh, mit Chinese. Okay, komm mal zu dir. Dann können wir uns den Rücken decken, ja. Oh, den ist nicht gut am sounden. Ja, von meiner Seite kommen immer so wenige. Ruhe. Von mir kommt keiner. Mach da nicht. Waren aber schon alle. Das ist doch doof, ja. Hier. Ah, nee. Jetzt aber an die Konsole. Ich will Knöppel drücken. Wird gehalten. Oh, so schön. Ist da gerade was hinter uns gesprungen? Wiss ich nicht. Ja, da oben. Rechts ist auch noch einer. Jetzt wieder rückwärts, oder was? Oder jetzt mal zu dem Fahrstuhl. Das ist doch mal Schimmel, du Gimmel. Something, something. Japano-Namen. Japano-Namen. Lustig betitelt. Lustig auszusprechen. In Bearbeitung. Müssen wir jetzt... Nee. Doch, ich befürchte, ehrlich gesagt, dass das jetzt hier irgend so ein... Ja. Ah, nein, 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 nein. Loll. Halte durch, gibt es die Größe. Ich will meinen... Ich will den ursprünglichen Plasma-Cutter oder irgendwas anderes wieder zurück. Also die Ehre... Ich bin sehr froh mit dem hier. Der hat zwar nur fünf... Der hat nur fünf Schuss, aber der ist... Oh Gott. Ey, deine Energie ist gar nicht so voll. Du hast es gefunden. Oh, early baby. Oh, Mann. Ich wusste, bis zu Sturm zu sterben. Captain. Ist er das? Äh, ja. Das, äh, ist er. Was? Was? Ey, er ist... Was? Thorsten Wackel? Es ist sehr interessant, immer wenn ihr zusammen streamt... Psst, Schnauze! Katz ihn. Der Katz ihn. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich hab dir so viel zu erzählen. Not today. Ach. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Die Spur des Markers? Sie haben Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind aus Indisch Weißes. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los. Sie haben Markersymbole an die Wand geschrieben. Wie dumm. Der heißt Bunkel. Sie haben mit dem Markersymbole an die Wand geschrieben. Ist das ein Edding? Ja. Scheiße, das geht doch nie wieder ab. Oh, geile Bank. Ich kann nicht wegen Ellie und dem Käpt'n warnen können. Niemand verschiert ihr Liebesleben, Marker. Und so ist all this shit. Plasma-Kern hast du nicht gesehen. Plasma-Pern. So. Jetzt kicke ich mal. Jetzt werde ich wahrscheinlich nochmal fluchen. Ich hab so keinen Plan, weil ich überhaupt nicht weiß, wie Dinge gehen. Ich habe doch auf jeden Fall Pläne zum Beispiel. Bau aus Plänen Waffen. Ja, ich kann... Ich lebe schon ein jetzt. Keine Ahnung, was das alles kann. Sieht aber aus, warum sie lustig aus. So. Zurück. Waffen-Upgrades werde ich mir gleich mal angucken. Objekte herstellen bräuchte ich nicht. Save. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal... Schaden zufügen nachher. Kompakt-Inite-Plasma-Cutter-Tundra-Aufklärung mit Ripper. Und Kompakt-Standard-Plasma-Cutter mit Drehmanschetten-Modul. Ey, was, 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 was? Digga, Alter. Digga, Alter. Quatsch mal nicht so. Ich muss austauschen gegen dieses... ...ehne Drecksteil hier. Achso, Drehmanschetten. Achso, man kann unten auch noch einen Plasma-Kern ranbauen. Ja. Eine kinetische Schrot-Finde mit Rückstoß-Energie. Okay. Echt? Klingt nice. Kannst du bauen, oder was? Hm. Vorher hat ein... Ne, hab ich mir jetzt an meinen... ...an meinen Plasma-Cutter rangebaut. Der hat immer noch keine Drehmanschette dadurch. Boah, Alter. So. Schwerer Rahmen. Du kannst eine neue Waffe herstellen und das ist dann eine dritte, oder was? Hm. Achso, wahrscheinlich. Ja, wir attacken hier. Neuen Rahmen herstellen. Keine Erweiterung. Kann man da nicht irgendwas bauen? So, warte mal. Jetzt kann ich mir Plasma-Kern oder Tesla-Kern, Antriebsmotor, elektrische Schweißen mit Startstrom... Und vorne drauf kann ich mir... Ah, jetzt hat die Feuerrate erhöht. Alle klar. Äh... Äh... Ne, scheiße, ich war doch noch nicht fertig. Oh Mann, und jetzt dauert das wieder so lange. Das mach ich später. Das sind alle Sachen, die guck ich mir später an. Der baggert da so spät noch am Baggerloch. Es ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch... Ich will das gar nicht. Ich will wieder zurück. Kommen wir doch nicht mit, wo ich das speichern will. Ich will das gar nicht speichern. Ich will wieder zurück. Oh, warte. Wie dumm. Ich guck mich so dumm aussehen. Gart oberes Militärantrieb. Eine von der CAF. Äh... Erweiterung. Keine Erweiterung. Kann ich nicht einfach Erweiterung jetzt bauen? Was macht der denn? Erweiterung. Diese Objekte statt in die Waffe. Blablabla. Will ich alles überhaupt nicht? Ich will einfach wieder zurück. Boah, leck mich doch hart am Sack. Boah, wat, alter? Wat ist denn... Was hab ich denn jetzt gebaut? Ich hab an meine Standardknarre einfach mal einen Plasma-Cutter unten ran gebaut. Neue Waffe wurden in deinem Safe abgelegt. Fuck, wozu? Wat zur Hölle? Safe, was soll das jetzt sein? Warum bin ich denn so cool? Wir haben Strahlenkanone. gut ist klar da lädt er auch beide nach so und der hier macht oben den normalen und unten den guck mal aber hier ist meine normale knarre aber guck mal was die unten dran hat ja ein plasma cutter ist ja nice und guck mal was die andere hat das ist die du hast ja aber guck mal was sie noch kann jetzt guckst du gar nicht mehr ja sekunde ich muss erst mal hier so kann man denn auch was kann man denn aus diesen ressourcen bauen mitnehmen wollte war das ding hier das fand ich interessanter so objekte herstellen munitions clips ok ok medipack stars und upgrades für den torkstange kann man damit auch noch mal sterben platin oberes tool unteres tool inhalte zum herunterladen wie jetzt kann man bestimmt auch machen also altmetall habe ich genug okay gut naja ich bin aber soweit eigentlich gibt es denn so eine anzugstation keine ahnung kann ich dir nicht sagen aber ich bin ziemlich cool jetzt weil ich jetzt eine schrotfinder habe guck mal guck dir den an ja und jetzt guck mal nach da drüben jetzt schieße ich mal den zweitschuss aber guck mal was ich habe oder nice ein ripper schießt auf mich aber schade mit mich mit mich wohin jemand jetzt eigentlich nach hier lang ach so da woher kommen ja also warte mal war das richtig flight the ripper isaac es tut mir leid es passiert im moment so viel also norton ja das ging ja schnell aber gut gut freunde im chat freunde übrigens immer mit oi zu schreiten nein du hast die welt die sagen dauert noch ein bisschen die anzug stattdessen oh ja ja ich schieße jetzt mit meiner übelsten mit meiner krassen schrotflinte schieße jetzt einen kurb wie passend darf ich den kurb modus spielen oben ist offen war weeee oget irge oh tüor ist auch ich guck rechts was ah 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 nie äh eh iDo da schießt noch auf den großen also ich sehe nur einen Tickel ehrlich gesagt aber häh wo der aber auch hinhaut Geht nicht, ne? Das sieht sich noch herzlich wenig für uns Ist okay, dann schieße ich jetzt von hier auf ihn Achso, aber warte mal kurz Oh, huch, oh nein, ich habe es kaputt gemacht Scheiße, das ist ja jetzt doof Das wollte ich nicht Ich mache erstmal hier wieder die Spule an Ich weiß nicht, was das kann Ah, du hast den Stürb Oh, shit Was, höre ich da? Wen höre ich da? Ich höre Dinge Ich höre Stimmen, aber ich sehe niemanden Bananenkiste Bananenkiste, nur 5 Euro Bratz Ey, wo rennst du hin? Wollen wir nicht die drei Dinger wieder anmachen? Jojo Halt mir meinen Rücken frei Äh, musst du nachladen? Shit Du hast außerdem, wenn dann Wenn hast du keine Stase mehr, Digi Stase hast du nicht mehr Mann Kann das viermal bitte sein?